Genau, Wascher steht jetzt nass und ziemlich verunsichert vor diesem etwas älteren Kapitän, der dich jetzt anschaut. Er hat jetzt die Hand aufgehalten, reibt sich mit seinem Daumen über die offene Handfläche. Schau dich an. Ich würde ganz gerne einen Schicksalspunkt ausgeben, um mich einem anderen Schiff frühzeitig, also doch deutlich schneller als das Schicksal vielleicht sonst zulassen könnte, mich hochgezogen zu haben, Wascher zu sehen, diese Aktion zu sehen, um zu versuchen, meinen Geldbeutel abzureißen und ihn zu ihr hinzuwerfen. Und dann wieder sozusagen unterzutauchen, dass sie einfach sozusagen jetzt ihren Geldbeutel an die Brust geworfen bekommt. Okay, lass ich für den Schicksalspunkt zu. Schicksalspunkt ist also ausgegeben von dir? Also genau, das ist eine Veränderung einer der Realität, eine kleine Veränderung der Realität, sodass jetzt, Wascher hat das auch gar nicht gesehen, von irgendwoher fliegt jetzt ein Geldbeutel dir an den, nicht unbedingt an den Kopf, aber vielleicht an die Brust und du bist ein bisschen verdattert. Der Kapitän dreht sich auch immer schnell um, zieht seinen Dolch und schaut sich dann um, hat aber Wascher immer noch irgendwie im Blick und ist jetzt sehr, sehr unverunsichert. Genauso wie die Matrosen, die jetzt auf diesem Schiff stehen, sich umschauen. Es gibt natürlich ein lautes Platschen, was heißt lautes Platschen? Es gibt dann Platschen, was zumindest diese Leute hören. Niemand weiß genau jetzt, was los ist und Wascher steht jetzt sehr verdutzt vor dem Mann, der sie anschaut, ziemlich feindselig. Ein göttliches Seichen. Ich gucke ihn einfach mal an und fange zu strahlen, nehme den Geldbeutel dabei und versuche wirklich selbstsicher auszusehen. Habt ihr das gesehen? Ein göttliches Zeichen. Gucke mich noch mal um und fange aber schon an, den Geldbeutel aufzumachen. Ja, er greift zu. Versuche ich immer noch an zu strahlen. Er greift zu, nach dem Geldbeutel. 165 Silbertaler, 90 Heller, also eine ganze Menge kleiner Münzen drin. Ja, ich würde ihm natürlich nicht den ganzen Geldbeutel geben, denn ich würde erst mal aufmachen. Wirf ihm mal eine Parade. Er macht eine Raufen-Attacke nach dem Geldbeutel und er macht sogar eine Finte rein. Äh, 4. Schauen wir mal nach. Jo, schafft er. Du musst eine Parade, Raufen oder Regen ist mir egal, plus 4 machen, sonst ist der Geldbeutel nicht mehr in deinem Besitz. Du bist ja selber überrascht, dass er jetzt von Rodrigo dir zugeworfen wurde. Ja, okay. Ähm. Dann. 4 Schwerter hast du gesagt, ne? 4, 3, 2, 1. Ja, du bist verdattert, komplex. Kannst auch nicht mehr wegziehen. Nee, jetzt ist vorbei. Ich hab das erstmal eingeben müssen, Fausti. Ja, ist mir egal, ist mir egal. Also, so. Der Geldbeutel wird jetzt auf alle Fälle von ihm gegriffen, hat ihn in der Hand und macht ihn einmal auf, fällt den Dolch abwehrend vor sich. Schaut er mal nach. Kann ich ihm den wieder wegnehmen mit einer raufenen Attacke? Das ist dann aber wirklich ein Angriff auf ihn. Kannst du aber machen. Ich hab auch Taschendiebstahl. Kann ich einen Taschendiebstahl machen? Also, Taschendiebstahl ist ja schon unbemerkt, ne? Er ist jetzt sehr abwehrend vor dir mit dem Dolch. Also, ich mein, Johnny hat seinen Schicksalspunkt dafür geopfert und ich hab ein paar zu lang gebraucht, weil das finde ich so gut. Ja, dann Opfer Dein. Ja, ist mir alles egal. Das muss schnell gehen. Ja, dann nicht. Okay, Kernschicksalspunkt. Ja, er guckt in den Inhalt des Beutels. Okay. Ihr solltet vielleicht unter die Reding euch so ein bisschen abducken. Wo das herkommt, ist denn noch mehr? Nun ja, die Götter scheinen mir wohl gewogen zu sein. Johnny, wie viel Geld war da drin? 165 Silber und 90 Heller. Also 16 Halb-Dukaten, also fast 17 Dukaten. Okay. Scheiße. Alles, was ich habe. Okay. Dann hast du das alles in einem Geldbeutel. Natürlich hab ich das alles in einem Geldbeutel. Ich hab alles um den Hals. Sorry, ich sammle zu viel. Ich sollte mich euch vielleicht einmal vorstellen. Ich bin... Er räuspert sich einmal. Er klopft sich auf die Brust. Ria Ben Chalik. Und... Naja, ihr seht hier so ein bisschen verloren aus. Wie gesagt, Pelmbord ist ein sehr unsicheres Gebiet. Und wenn ihr hier schon mit den Göttern herumfaselt... Hm. Ich könnte euch hier wegbringen. War kein Problem. Das kostet natürlich etwas, aber... Naja, wenn die Götter euch mit Geld bewerfen, dann... Könnt ihr mir sicherlich noch mehr bringen. Vielleicht. Ich... Habe das schon öfter gehört. Wäre es... Naja... Wenn ich euch... Generell meine Hilfe anbiete beim Schiffsfahren. Ich meine... Wie viele Leute könntet ihr denn mitnehmen? Hm. Kommt natürlich auch drauf an... Wie viele ihr habt. Na, jedermann kostet. Ich muss euch hier an den Hafayas vorbeischmuggeln. Durch den Sturm bringen. Wollt ihr denn hin? Welchen Hafen? Nächster wäre Kunchum. Einfach direkt rüber. Die andere Seite. Aber... Ich muss sagen, ich kenne mich hier nicht so aus. Wenn das stimmt, kann ich euch auch nach... Nach Sinoda bringen. Ich kenne mich hier nicht so aus, aber... Aber Kunchum klingt gut. Kunchum. Wie viele Leute habt ihr denn bei euch? Hm... Eins... Zwei... Äh... Ich... Ähm... Ein Dutzend? Ich glaube... Zwei Dutzend? Hm... Ich nicke mal, als wüsste ich einfach, als konnte ich nicht zählen. Okay. Gar kein Problem. Du bist vielleicht ein bisschen dumm, aber von den Göttern gesegnet. Also... Ich trage ihn an. Rede einfach mit deinen Leuten. Du solltest vielleicht nicht offen über diesen Platz hier rüber rennen, aber... Äh... Ja, geht zurück durchs Wasser. Äh... Dann müsst ihr, wie gesagt, nicht offen über die... Äh... Äh... Ja, und da kannst du gerade das Laute... Allaah! Hören. Ähm... Was dann irgendwo von der Dorfmitte herklingt. Schaut sich nochmal ein bisschen um. Äh... Hält den Dolch weiter ab während vor sich. Ist jetzt gerade ein bisschen unsicherer geworden. Also wie gesagt, wenn ihr wollt, äh... Ich fahre die nächste Bucht an. Das müsst ihr dann weiter gehen, aber... Von daraus kann ich euch auf alle Fälle aufnehmen und dann durch den Sturm bringen in Richtung Puntchup. Wie schnell könnten wir dann... Die werden sicherlich kontrolliert werden, aber... Hm. Wie schnell könnten wir hier von hier weg? Meinetwegen... Zwei Stunden. Puh, ich... Ja, ich werde versuchen, das zu arrangieren. Wie teuer wäre das? Ich brauche alleine 50 Dukaten, damit ich nicht kontrolliert werde von den, äh... Von den Birämen von Haffax. Ui. Und dann sagen wir einfach mal... Zwei Dukaten pro Person. Das ist ganz schön viel. Wir sind... Wir sind mehrere. Wie wär's... Ich meine, ihr müsst da so oder so durch 50 Dukaten. Ob wir nun zwei oder... Oder mehr wären. Naja, wenn ich euch hier lasse, dann werde ich... Dann muss ich die halt nicht kontrollieren lassen. Dann lasse ich die einfach in meinen Lade rauben. Das wären aber auch... Weniger Dukaten für euch. Ich meine, ein Risiko, aber mehr Geld. Und ihr habt gerade eine ganze Menge durch mich bekommen. Denkt daran. Das nehme ich als Anzahlung. Gar kein Problem. Gut. Er öffnet nochmal kurz sein Beutelchen. Zählt mir mit dem Daumen durch. Schiebt ein paar Silbertaler zur Seite. Ein paar Kupfermünzen. Hm. 15 Dukaten als Anzahlung. Ist okay. Die Götter scheinen es wirklich gut, um mir zu meinen. Ich schaue nochmal so in den Himmel. Nun, ich ähm... Schenken wir euch eine Dukate. Das heißt, acht Personen sind umsonst. Ähm. Und wie gesagt, die 50 Dukaten, damit ich nicht kontrolliert werde. Ich bin mir sicher, wir werden uns einig. Also gut. Dann pass auf deine Götter auf. Gib ihm die Hand. Er nickt dir zu. Gib dir aber die Hand nicht zurück. Okay. Dann würde ich ja noch ganz schnell zurückziehen. Hatte in der einen Hand den Dolch und in der anderen den Beutelchen von Rodrigo. Und daher, er will dir auch nicht die Hand geben. Das kannst du sehen mit deiner Menschenkenntnis. Er will das nicht. Okay. Ja, dann würde ich ja natürlich sofort zurückziehen. Er deutet mit dem Dolch einmal auf eine kleine Spitze von Maraskhan. Ähm. Moment. Können uns einmal kurz angucken. Steuerung F. Hier ist Helmport und der deutet auf diese Spitze. Äh. Bin zwei Stunden da und dann kann ich euch durch den Sturm bringen. Danke. Jo. Dann, äh. Zurück ins Wasser. Würde ich mir behaupten. Ja, lieben. All die Männer aus der Taverne. Aye, aye, Kapitän. Ja, äh. Kletterst du am Seil wieder nach unten und triffst dort auf Rodrigo. Ich bin ja um das Schmugglerschiff noch herum sozusagen, schau sozusagen um den Bug des Schmugglerschiffs immer herum, um zu versuchen, Rondwoshers Kopf vielleicht zu erkennen, wie sie jetzt sozusagen nicht irgendwie abgeführt wird oder so. Sondern wie sie anscheinend Richtung Rehling geht und dann wieder verschwindet aus meinem Sicht. Dann weiß ich, okay, sie ist da weggetaucht und dann würde ich ganz gerne, äh, wieder sozusagen unter dem Kai entlang, unter dem Hafen entlang durchtauchen, äh, sozusagen unter dem Steg entlang, meine ich. Um, äh, ja, wieder in ihren Sichtbereich zu kommen oder zumindest um ihr später hinterher zu kommen. Wenn sie nämlich dann schon weg ist, würde ich auf jeden Fall, äh, einige Minuten noch warten und dort verharren unter dem Steg. In der Hoffnung, dass man ihr vielleicht vielleicht ein paar Minuten hinterher schaut, aber nicht mehr als irgendwie fünf Minuten. Ja, äh, dann ist Vasha erstmal sehr schockiert, woran Rodrigo hin ist, kannst du ihn nicht finden. Äh, rechts, links, unter dem Kai ist er nicht oder, äh, unter dem Steg ist er nicht, äh, muss wohl schon irgendwie weiter weg oder getaucht sein. Zumindest kannst du dann den Weg alleine versuchen anzutreten. Ähm, das ist zwar mit der Strömung ein bisschen schwer und du tust dich der, äh, äh, ja, es ist, es ist alles ein bisschen schwerer. Kannst dann wieder dein Bambusstäbchen herausnehmen, was du irgendwie sorgsam weggesteckt hast und tauchst dann wieder zurück zu der Stelle, wo du ja rausgekommen seid. Äh, Rodrigo kann dann noch im Schatten der Schiffe erkennen, wie ein paar Alan Fahner auf ihrem, äh, Tulamidia und, äh, dem sehr eigenen, mittelreicher Shkareti, ähm, aus der Taverne herauskommen, äh, lachen, johlen, wohl stark angetrunken und sich darüber amüsieren, dass jetzt irgendein Idiot, äh, die Garmot gerade angegriffen hat. Ähm, man, 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 verbutet, dass es Maraskana waren, die wieder aus dem Dschungel herausgelaufen sind und, äh, da sich jetzt wohl ein paar Leute in Richtung Dschungel bewegen. Dann wird man auf jeden Fall die Leute sozusagen zum Schiff begleiten und wird sozusagen unter dem, äh, unter dem, äh, unter dem Dock wird man sozusagen am Schiff der, äh, der Alan Fahner jetzt hocken bleiben und ein wenig lauschen, was wohl oben auf dem Schiff abgeht, im Versteck. Ja, ähm, du kannst weitere, äh, Gespräche hören, wie sich da wohl irgendwie der Navigator mit, ähm, dem Besitzer des Schiffes unterhält, ähm, der nicht der Kapitän ist, nur der Besitzer. Und die unterhalten sich allgemein über die, ähm, über die Waren, die man jetzt hier in Hellenport vertauscht hat. Also, das sind dann wohl einfach sehr, sehr geldgierige Alan Fahner, wie sie eben immer so sind, die dann, äh, Geschäfte mit den schwarzen Landen machen. Also, ähm, haben jetzt irgendwelches Bauholz geliefert und, äh, weitere Dinge wie Steine und nehmen dafür dann Gifte und Kräuter von der Insel mit, die sie dann unglaublich teuer in Alan Fahner oder in anderen Gegenden verkaufen können. Rodrigo versucht aus den Gesprächen herauszuschließen, wenn er da so zehn Minuten zuhört ungefähr, ob da irgendein Wort über die, äh, ja, die Mohit, aber die Frau verloren wird, die so komische Sprache gesprochen hat. Rodrigo kennt die Sprache nicht. Oder allgemein über irgendwas. Und ansonsten wird er sich dann sozusagen nach zehn Minuten, dann, wenn da nichts Wichtiges gekommen ist, trotzdem zurückziehen und, äh, dahin zurückgehen, den Weg, den wer mit Warschau zusammen gekommen ist, in der Hoffnung, dass er sie auf dem Weg dorthin findet, spätestens aber im Lager. Genau. Ähm, nee, also, über die Frau wird man nicht reden. Das haben die Alan Fahner ja eh nicht mitbekommen. Die kommen ja gerade aus der Taverne. Ähm, es werden auch keine, äh, Gespräche mehr zwischen Alan Fahner und Schmuggler ausgetauscht. Der ist jetzt sehr schweigsam geworden, nachdem er eben noch mit seinen, äh, Leuten auf dem Schiff kurz palabert hatte. Ähm, da kommen dann auch weitere, äh, zerlumpte, ja, Piraten, Söldner, Seemänner kommen gerade, äh, aus der Taverne dann auch raus, nachdem die Alan Fahner rausgekommen sind, nach und nach, äh, und bemannen dieses kleine Schmugglerschiff. Das geht dann alles sehr, sehr flottig, äh, und so zügig. Und dann, äh, ja, kannst du sehen, wie die wohl sich abreisebereit machen, ohne dass dann noch weitere Waren getauscht werden. Die legen dann ab. Ja, das Schmugglerschiff ist weg, denk Rodrigo, sicher, aber gut. Nichts zu ändern. Nur noch zwei Schiffe vor Ort, und das ist eigentlich halt Haffaya, so, ah. Dann, äh, nächste Kampfrunde. Ja, Alan, du kannst sehen, wie der Karmodgardist sich jetzt auf Fadaios stürzt. Oh, wenn er sich auf Fadaios stürzt, ist das doch schön. Karmodgardist würde gerne vorziehen wollen, ist, also er muss ja sowieso handeln, äh, will... Würde ich gerne mal vor den Galisten führen haben. Ich zeige Haffaya erst mal, wie man in Wahrheit gezielt sticht. Okay. Ähm, kriege ich den Bonus von der Seite schon, und dann ist er dafür noch nicht weit genug rum. Äh, nein. Gut, in diesem Fall ist es eine um siebener Schmerz-Attacke. Würde treffen. Gelungen, dann, er pariert nicht, er wird zweimal auf Fadaios einsticht. Ja, erstmal kriege ich das schon. Das gefällt mir gerade gut. So, warum zählt er, also, weil ich doof bin. Äh, er kriegt den Neuen. Kommt. Oh, das ist leider keine Wunde für ihn. Das ist schade. Doch, der Wunschstelle wird um ein, um zwei reduziert. Achso, stimmt, ja. In diesem Fall erhält er zwei Wunden an die ausgewürfelte Treffazone. An das, äh, in so rechte Worten. Ich hab da heute was für. Zwei Wunden. Äh, die Rüstung ist dann halbiert, oder die wird gar nicht angerechnet? Rüstung wird sie umsticht. Dann sind das, was hast du gesagt? Äh, neun. Neun, neun minus zweiunddreißig sind dreiundzwanzig. Ähm, dann haut er jetzt auf Fadaios, ähm, deine nächste Aktion ist um elf Punkte erschwert. Warte Sekunde. Warte, also, ähm, er hat ja jetzt auch eine reduzierte Inni. Dann möchte ich, äh, vorziehen und mich orientieren mit einer Aktion. Dadurch hab ich zuerst zwar nur noch eine Paradeaktion, aber die ist nicht mehr erschwert. Ähm, deine nächste Aktion ist um elf Punkte erschwert. Ja, dann kannst du auch gerne versuchen, also, äh, also, äh, entweder du machst einen Ausfallschritt, also eine, eine Aktion Position, um das abzubauen, oder du machst eine, eine Parade. Also, du kannst jetzt deinen Angriff, kannst du halt wegwerfen, äh. Äh, ich möchte orientieren machen. Das dauert auch eine Aktion und das ist genau dafür da, äh, die Erschwernis wegzukriegen. Genau, also einfach nur einen Schritt zur Seite, um dich zu orientieren. Mhm. Äh, du musst, glaub ich, aber auch eine Orientierung dann würfeln. Äh, nicht immer auf die Aufmessung gehört hat. Okay. Hab ich. Äh, dann hast du nur noch eine Aktion, er greift dich trotzdem zweimal an. Mhm. Ähm, und ja, wenn er das halt sieht, dann wird er trotzdem finden, und zwar, äh, einmal plus zwei und einmal plus sechs. Also, die erste, ähm, ist um sechs eine Finder und die zweite ist um zwei eine Finder, das heißt, der Erschwernis wegkommt. Denk an seine beiden Wunden und dass er, ähm, na, ich glaub, sein Nachtwind ist nicht für das Tanzklass S ausgelegt. Nachtwind ist tatsächlich nur H, äh, N meine ich. So, Selbstbeerschussprobe. Wäre noch lächerlich, wenn wir nicht mit zwei K-Modgardisten fertig werden würden. Okay, dann macht er keine Finte. Ähm, er wird sich dann... ...versuchen wollen, aus dem Kampf zu lösen. Das ist an sich gar nicht so schwer, weil du sagst, er steht auf S, dann ist das, äh... ...wenn du nochmal nach ihm stechen wollen würdest, kann er das zur Seite schlagen, oder kann er versuchen? Ich hab, äh, weil da kein Kampf gespürt. Er brüllt noch einmal, hier sind sie! Ja, ihr könnt auch weiteres, äh, Rennen hören, ähm, der Alarm kam ja bereits schon vorher, äh, von diesem Mann aus dem Haus, wo er für Dios war. Und, äh, dann könnt ihr erkennen, ähm, wie sieben K-Modgardisten, äh, mit gezogenen Nachtwinden auf, äh, die Wiese rennen. Los, Yalan, rennen! Ja, ich denke, einen, den brucht da einer Sekunde darüber nach, ob ich den Typen jetzt nicht nachrenne, aber dann sind wir sieben K-Modgardisten doch zu viel und es geht auf die Flucht. Mal wieder. Ja, äh, wieder auf die Flucht, äh, ich verzichte jetzt auf Athletikproben oder auch Körperwärtschungsproben durch dieses große Fahnenfeld. Ähm, könnt ihr euch, ja, wie, wie wollt ihr denn jetzt einfach zurück in Richtung des Lagers rennen, oder? Nein, natürlich nicht, wir rennen erst mal, wir rennen erst einmal ein Stückchen in den Dschungel hinein, wo man es nicht mehr so leicht folgen kann. Und schlagen dann einen, äh, einen Weg südwärts ein. Ähm, ein bisschen am Waldrand lang, so in 100, 200 Schritte Entfernung maximal. Alles klar. Äh, dann dürft ihr auf alle Fälle unglaublich viel rennen und euch versuchen zu verstecken. Äh, ich verzichte jetzt einfach mal auf Proben. Eine halbe Stunde später steht ihr allesamt wieder im Lager, ähm, habt euch dann auch ein bisschen weiter weg bewegt, nachdem ihr euch da irgendwie, äh, in Späher zurückgelassen habt. Das wird dann wahrscheinlich, äh, der Dumopane sein, der wird dann zurückgelassen. Kann euch dann bedeuten, wohin der Rest gezogen ist, weil das große Toho-Wabuhu hat man überall gehört. Und wenn ihr euch dann wieder alle gesammelt habt, eine halbe Stunde später, ähm, und die, äh, Suche irgendwo an euch vorbeigezogen ist, kann's weitergehen. Puh, scheiße. Das war knapp. Was habt ihr da unten getan? Naja, ich bin da das Haus rein. Ich wollte gucken, was da drin ist und... Ihr solltet doch erst an die Küste und euch die Boote angucken. Ja, ich hatte von... Und Andensdorf zu. War halt jetzt schon auf dem Dach. Ja. Was ist dann passiert? Irgendwer hat doch gerufen. Ja, das sind alles Überläufer von den Maraskanern. Also ich... Sie sollten jeden hier als Überläufer betrachten. Vielleicht nicht unbedingt nach Eingrall. Jedenfalls, ihr könnt hier niemandem trauen, das solltet ihr nur wissen. Ja, ich hätte mehr von der einheimischen Bevölkerung erwartet. Die einheimischen Bevölkerung, die sich traut, den Erfahrjahrs entgegenzustellen, sind so Leute wie Brindisian. Die wohnen nicht mehr hier. Ach, da seid ihr. Ja. Ach, Rodrigo. Bitte sagt mir, dass ihr gute Nachrichten habt. Wir haben ein wenig Ablenkung. Ich weiß nicht. Washer, Washer. Ist mit dir alles okay. Was passiert? Hat das geklappt? Entschuldige, dass ich dir das Ding voll auf die Brust geworfen habe. Aber ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war etwas in Panik. Ist schon alles in Ordnung. Ich... Ich habe sogar ganz gute Nachrichten, wenn sie, naja, wenn sie wirklich das einhalten, was sie gesagt haben. Sie wollen uns hier wegbringen. Wer will uns hier wegbringen? Dieses Boot, auf dem ich gerade war. Was sind das überhaupt für Leute? Ich habe nichts verstanden, was du gesagt hast mit denen und durch die Sprache du gesprochen hast. Ich habe es auf Mursch versucht. Ich wollte es so tun, als würde ich es nicht verstehen. Aber er scheint mehrere Sprachen zu sprechen. So schien es mir zumindest. Und naja, er hat gesagt, er kann es hier wegbringen für einen zwar ordentlichen Preis, aber ich denke, dann haben wir auch keine Probleme. Er scheint hier die Leute zu kennen. Und so wie es klang, ist er öfter hier. Das ist, glaube ich, die schnellste Anheuerung, die ich jemals erlebt habe. Verkürzlich. Nicht schlecht, Mädchen. Warten wir erst mal auf, die noch da sind. Okay, hat das jetzt mit meinem Geld geklappt, dass wir sozusagen die Überfahrt bezahlt haben für... Ja, er hat sogar gesagt, er nimmt es als Anzahlung. Anzahlung? Was will er denn noch? Das war noch jetzt irgendwie, ich weiß es nicht, das müssen noch irgendwie 16 Dukaten oder so gewesen sein. Ich habe seit den Tagen nicht reingeschaut. Aber ich glaube, das waren 15... Ich habe am Anfang mal irgendwie 20 Dukaten mit auf die Insel mitgenommen und das müssten irgendwie, ich glaube, 15 oder 16 Dukaten gewesen sein in dem Beutel. Ich bin nicht ganz sicher. Ich weiß, die hat er jetzt auch behalten. Er hat gesagt, es sind insgesamt 50 Stück, die er will. 50. Plus, naja, plus Personen auch nochmal Dukaten, aber ich denke, ich meine, wir haben doch einen... Einer Nabil dabei. Also schaut mal zu Jalan rüber. Das wird doch irgendwie, oder? Das kriegen wir hin. Das ist wie viel Gold? Haben wir so viel? Also ich habe... Ich pool mal kurz in meinem Geldbottel rum. Ich habe 6,5. Mein Herr von Schnallermor, ich glaube, wenn ihr und meine Wenigkeit vorstellig werden, können wir dafür garantieren, dass in unserem Zielhafen jemand für uns bürgen wird. Oder wir werden über Bord geworfen, weil er sich das Risiko nicht antun will. Oder wir werden gefangen gesetzt und an unsere Verwandten ausgelöst. Aber er hat mir sein Wort gegeben, dass er uns mitnimmt. Ein, das Wort von jemandem, der einen Helm in Pondrast macht. Schulterzuck. Wisst ihr, wie viele Mon an Bord waren? Ihr könnt mal einen wie 6 bitte werfen. Jeder oder nur einer? Einer. Da ist der Erste. Ja, ihr kommt insgesamt, nachdem jeder irgendwie sein Kleingeld reingeworfen hat, kommt ihr auf einen weiteren Dukaden in kleinen und großen Münzchen, die wohl noch bei anderen sind. Also Oskur und Elikara, die haben auch alle nicht viel mitgenommen, aber... Ja gut, wir brauchen einfach nur durchzufragen. Wenn wir feststellen, der eine sagt, hier, ich habe ein paar Kupfer bei, ich habe ein paar Heller bei. Ja, genau. Also eine Dukade bekommt ihr. Da hält jeder sein Geld, weil das macht keinen Sinn, dass wir behalten das Geld. Das ist zusammen weniger als irgendwie 10 Dukaden, auf die wir kommen. Da brauchen wir nicht über das Geld zu reden. Wir müssen uns entweder schnell versuchen, ihr Geld zu besorgen, oder schnell ein Schiff besorgen. Wie viele Mann waren auf dem Boot? Mit ihm drei. Aber so wie es klang, wollte er noch andere Leute dazu holen. Ja, aber... Es war dieser Zweimaster, richtig? Ich habe gerade eine total blöde Idee, äußerst sich, Patron. Welche? Lass hören. Wir haben noch ein Thurium. Nein. 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 Das habe ich auch gerade gedacht. Aber er verliert ja kein Wort. Erstens ist das Endurium nicht unseres und wir können es nicht einfach so vergeben. Zweitens, wenn ihr merkt, dass wir Endurium haben, wird er uns sofort wissen, wer wir sind. Dann sind wir tot. Und zweitens auf die Idee kommen, dass wir noch mehr davon haben, uns töten und es uns abnehmen wollen. Aber war bei dem Endurium nicht auch noch Gold dabei? Nicht in dem, was wir mitgenommen haben. Das Gold lag alles in der Schmiede, richtig, Rodrigo? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Wir haben nur das Endurium mitgenommen, ja. Wir werden an Bord gehen, wir werden mit ihm reden und entweder wird er versuchen, es umzubringen oder sich darauf einlassen, dass wir ihn in Kunchon bezahlen. Ansonsten. Okay, was war das für ein Schiff, Frusti? Da hast du gesagt, eine Cedrake? Ne, Cedrake ist viermastig. Das war wohl so eine ziemlich einfache, ja so ein Schmugglerschiff. Das ist gut. In diesem Fall lassen wir uns vornehmen durch den Sturm bringen und dann setzen wir sie alle fest und übergeben sie der Perlmeerflotte. Ich bin ja keiner Schmuggler. Nicht gerade dankbar. Naja, wahrscheinlich sind das Schmuggler und Piraten, aber... Ich bin mir nicht so sicher, ob das so einfach wäre. Ich meine, er geht ja auch ein Risiko, wenn er uns mitnimmt. Wenn er so dumm wäre, dass er sich direkt festnehmen ließe, dann hätte er es wohl kaum so weit geschafft, immer hin und her zu fahren, oder? Ja, das ist wohl ein Risiko, dass wir reingehen müssen. Ich sage jetzt auch, wenn wir solche Leute nicht festnehmen, das sind jetzt Jalan, dann wird er vielleicht weiterhin Handel treiben mit den, naja, sagen wir jetzt mal Staaten, mit denen man nicht Handel zu treiben hat. Aber wir erkennen dann jemanden, der solchen Handel treibt, um, wenn wir nochmal so einen Mitfahrgelinger zu brauchen, sie nutzen zu können. Das ist immer ein zweischneidiges Schwert, ob man Leute sofort auffliegen lässt oder ob man sich das für später aufhebt. Denn wenn wir seinen Namen und seinen Schiffsnamen haben und seinen Schiffstyp, dann wird der sozusagen ja, wenn wir wollen, können wir den dann ja jederzeit ankreiden. Und dann wird er zumindest im Hafen, wenn er das nicht mal irgendwo einläuft, dann doch verhaftet werden können und solche Dinge. Immerhin hat er mir nichts getan. Er hätte mich auch einfach, naja, hauptsgehen lassen können, oder wie man das sagt. Und er hat angefangen, mit mir zu verhandeln. Er ist ein Pirat. Ihm geht es nicht um die Sache, ihm geht es ums Gold. Das ist fast schlimmer als andersrum. Also die Warte würde nochmal schön brutal sein. Haben wir sonst irgendwelche Sicherheiten, die wir ihm anbieten können? Ich meine, so meine Axt, das wird nicht viel sein. So in dem Zustand, schade ich, wie sie ist, kriege ich da vielleicht noch zwei Dukaten als Sicherheit für, aber können wir sonst irgendwas anderes anbieten? Na ja, wir können ja anbieten, dass wir, scheiße, wenn wir, selbst wenn wir, selbst wenn wir nach Kuntium kommen, haben wir da irgendwie eine Möglichkeit, schnell an Geld zu kommen, weil ich hab da keine, ich hab da irgendwie kein, äh... Wir können nicht nur so leihen, die Tulabiden sind da da so drauf. Da gibt es auch sicher eine Kontaktperson von der kaiserlich-gerätischen Investor. Vermutlich wird der Pirat es auch als Sicherheit akzeptieren, wenn er mich festsetzen und mich im Notfall für Lösegeld verkaufen kann.